Okay, ähm, äh, äh, so, dann beginnen wir mal mit der Aufnahme, äh, ja, äh, ich spiele jetzt Ultimating Kaiji, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Ultimating Kaiji, für die Playstation 3, oh, sollte man gesehen haben, oder, Playstation 3, ja, ich hab nen Weg gefunden, wie man, äh, einen zweiten Spielstand macht, ohne sein Item zu löschen, Das find ich mal geil, ich mach neue Spielstand und kann meine Eid noch behalten, hihihi, jaja, praktisch, 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 ich liebe das, man merkt's, hihihi, jaja, so, Wintertime 座る雲、突き抜け Fly away Fly away 体中に 広がる Panorama 顔を蹴られた地球が起こって 火山を 爆発させる Untertitelung des ZDF, 2020 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 so bisschen heller ist der Rest mehr 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 ... Mehr, 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 mehr... Das ist richtig. Oh, die Speichel. Ich hab viel zu schwierig, wie ich Speichelwund. Stimme! Geh! Geh! Keine Chance! Das ist es! Geh! 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 Ah, die Speicheln nämlich. Cool. Ah... okay. Ja, ich bin sicher. So, dann geht's mal los, wahr? Da bin ich mal gespannt, äh, wie ich mich schlagen werde. Äh... Transformers Seid schon. Genau wie die Erde, auf der Sargoku lebt, gibt es eine andere Erde, die parallel existiert. Dort passiert gerade etwas Ungewöhnliches. Etliche Desaster und Naturkatastrophen und eine übelgesinnte Fraktion, die das Chaos zu ihrem Vorteil nutzt. Die Menschen, die ihrer schrecklichen Macht hilflos ausgeliefert und leben jeden Tag in Angst und Schrecken. Diese Veränderungen sind das Werk eines einzelnen Mannes, oder Drachens. Sein Ziel, globales Chaos. Er hat alle sieben Dragon Balls zusammen mit den ultimativem Stellung rufen und seinen Wunsch erfüllen lassen. Der Planet wurde zu einem lebenden Albtraum. In der Mitte der Dunkelheit gibt es einen Hoffnungsschimmer. Ein tapferer junger Mann erhob sich. Ein junger Saiyan, der sein Leben mit hartem Training verbrachte. Seine Hoffnung, der Welt den Frieden zurückzugeben und den Planeten vom Bösen befreien zu können. Wer ist dafür verantwortlich? Ich werde es herausfinden und ich werde es nicht verzeihen. Ich werde alles wieder ändern. Wer ist dafür verantwortlich? Ich werde es herausfinden und ich werde es nicht verzeihen. Ich werde esiable. Ich werde es einen chromatische Fall entwickeln. Ja, okay. Im Englisch ging's auch interessant, hm? Kommt noch was? Nö. Oh, Mann. So. Genau. Zeit für 3. Giniu, ich komme! Oder? Ne, erstmal Training. Ja, ich bin sicher. Ob ich ne Chance habe? Oh, mein Akku ist auch nicht so voll. Nein. Nein! Nein, 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 nein. Steh ich nicht drauf. Echt nicht, Kumpel. Nein! 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 Ja, erwischt! Das kriegst du wieder! Und ich schuhe dir, es werden 5000 Schadenfreude. Ich krieg ins Knie! Der hat auch hier ein Geschenk. Das ist dein eigener Schuss! Das ist dein eigener Schuss! Okay, jetzt! Ich komm, jetzt gehst du mal auf! Es war jetzt ein zufälliger Fall. Oh! Tja. Trocken, Tja. Oh, Mann! Tja. 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 So, dann hab ich schon mal meine Gesundheitserhöhung um eins. Deh-heh. Das freut mich doch schon mal. Kapselkoffer. Jetzt geht's bearbeiten. Und dann bleibt eins. Dann bin ich jetzt begeistert, dass das leer ist. Aktion und Fähigkeit, aha. Ah, hab ich da wenigstens schon mal was. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hab das mal Lust mit Gino zu kämpfen. Um die Welt zu retten, muss seine Reise weitergehen. Seine Reise... Scheiße. Ja genau, Gino. Entschuldigung, was hast du hier zu suchen? Wer bist du? Von meiner Anzeige zu Gino und das ist... Gino Spezial-Kampfhose. Gino? Und Gino Sonderkommando? Ah, verstehe, du willst dich der Gino Sonderkommando anschließen. Wenn das der Fall ist, was... Nein, ich wollte nichts. Auf der anderen Seite, mach mich für einen Anführer und ich... ...lese mich an. Hä? Du hättest... ...ein Anführer als mich? Wie du wirst, ich zeige dir jetzt die... ...unschlusslich ich... ...die unglaublich für den Angriff. Oh Mann. Ich kann's kaum lesen auf dem Monitor vom Laptop. ...erwisch! Ehe... ...hab' ich schon gar nicht mehr mitgerechnet als ich noch erwische. heißer so, du bist gleich die Geschichte, Freundchen ach, sieh ich weiß gar nicht welche Technik welche ist Explosion und Nagam... also, oh, Explosion, okay ich weiß nicht wie viel das absieht, ich hab nämlich keine Ahnung was machst du da? Dich töten! 2000 lächerlich das schiegt nicht wirklich viel ab ab durch den Felsen komm, schief ab 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 Geil. Der Affe. Der Affe. Der Affe. Kein Bock auf Werfer. Ja. Ich hab's zu. Geri, du willst mich? Oh, oh. Oh, komm mal, bis zum Aufladen, komm mal. Nein komm ich nicht. Nein, 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 nein. Bin ich nicht. Nein. Nein, sofort aufs Dreieck. Ich hab wieder zu viel gedrückt. Jetzt aber! Nein, es reicht natürlich nicht. Jetzt aber! Und entledigt! Finde ich was? Ne Technik? Irgendwas? Der ist dabei. Super angriff. Cool. Ich werde dir zeigen, dass ich die Welt verändern kann. Ich werde dir zeigen, dass ich die Welt verändern kann. Ein Pflanzendrecksack. Ich werde dir zeigen, dass ich die Welt verändern kann. Oh! Noten auf der Zunge. Oder in der Zunge. Mir egal. Noten auf jeden Fall. Wer zum Sprache geht, meine ich jetzt. Auf jeden Fall. Ah, Alter. Grün auf grün ist nicht, du Arschloch. Auf jeden Fall. Ja ja. Das gab ja viel. Auf jeden Fall. Bevor ich gegen C17 und C18 antrete, muss ich noch trainieren. Nach den beiden sollte gleich Piccolo kommen. Nach den beiden sollte gleich Piccolo kommen. Das war wieder kurz. Wie einfach so glücklich, dass du mich kämpfst. Spiel vorbei. Ich zeige dir, was ein echter Krieger tun kann. Ich zeige dir, was ein echter Krieger tun kann. Hm. Tja, Tja, Tja! Du machst es mir echt einfach, ich hab zu. Ich hab's nicht geholfen, ich hab's nicht geholfen. Ich hab noch Sand in den Socken. Erdenkrieger auch. Oh, cool. Ich zieh nix. Alter, da ist was. Die Frise mag ich nicht. Und, äh, ja. Kampffeld. Kapsel kommt, ähm, Superangriffe anpassen. Favoriten ändern. So, Geisterball. Ja. Ja, hier hab ich keine Attacke. Die brauchen gleich viel. Ah, okay. Interessant. So, ähm... Die Aufnahmen werden bitte. Keine Ahnung, wann ich weiter mache. Morgen hab ich wahrscheinlich nicht anderes zu tun. Oh, ist der Junior. In einer Original-Safe habe. Nicht in blau. Boah. Warum hat's hier die blau ausgespuckt? Wisslich hoch. Nein, die Aufstuppe. Nein, die Aufstuppe. Nein, die Aufstuppe. Ja. 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 tschüss! Perfekt! Hehehehe... Good fight! I'll remember you! Ja, ne, ist klar! An jemanden, den du perfekt besiegst, hm? Du bist gut! Du bist echt gut, bist du! Muss ich schon sagen... Oh ja... Training... Wir haben zu... 2 und 4... Da bin ich sicher! Naja... 3... So, wer ne... Das bei Yamchu, ähm... Durchgebrachte... Ich bin jetzt bei 4... Und hab jetzt schon... 50%? Ich sag grad, er hat 8 Sparringsdinge und dann ist er zu Ende. ich habe in der hand der prozette abziehen ein kleiner frühstater was ist so ein frühkommer so lange dann glaube ich ein kleiner frühkommer nicht wahr meint du jetzt mal ein bisschen mehr aus dass ich nur irgendeine attacke starten kann nein 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 erden von hinten nein ich kotze okay okay ja 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 ach ganz ja da haste mich ungemein gereizt ohne aber so macht man das ja das ist was noch einer kakarot nein 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 null bock drauf null bock drauf und ich natürlich genau für dich natürlich ein kleines präsentier guckle Das ist zu viel. Die Dinge werden besser. Ich liebe es alle Sekunden. Du bist stark. gut das war knapp ich habe ein kamehameha ich freue mich kapselkoffers gilt zu bearbeiten nein super angriffe anpassen so dann beende ich mal die aufnahme für diesen teil da sage ich mal tschüss bis zum nächsten bald war ciao